So, Action! Machen wir mal laufnahmessig mit dem FTP. So, mit dem flinken Fuchs und mit Lukas sind wir auf dem Weg. Und jetzt schauen wir mal was wir hier machen. Blödsinn. Blödsinn, wie immer. Alles dann. Möchten ein paar Leute erschießen. Toll, he. So eine Zeit. Bei dir werde ich weitergebracht. Okay, wir müssen ihn umbringen. Okay. Müssen ihn umbringen. Du Dreckige... Aber das dauert ja immer so lange. Ja, wie hält ich dann ab, wenn es dunkel wird? Ja, was? Ja. Vergesst es mich aber nicht. Nein, es fährt ein schieses Typ. Okay. Wenn es nicht mehr ist. Nein. So, halten wir mich auch schon. Wenden. Ein Hirsch! Schau an! Ein Hirsch! Boah, wenn jetzt so einer zu mir kommen würde, ich war so am Arsch. Ja, du bist ein Arschloch. So, wie schaut's jetzt aus? Ah, jetzt kommen wir wieder. Wo scheit's jetzt? Ah, hör, gehört. Wir haben Colin verloren. Alles fein Teufel. Du bist dein Arschloch. Von mitten hier auf dem Wasteland hier. Oh, da hat jemand ein neues Haus gebaut beim Wasteland. Uh! Das ist ja jetzt. Wasteland. Das ist ja... Ah, ich sehe eigentlich. Nein, zumindest. Ja, das bin ich. Ah, da unten läuft's rum. Ich sehe dich schon. Alter, das strahl ist da, ja. Was ist denn? Ich sehe mich, der läuft dabei. Alter, der rumliegt rum. Wie ein Schnitzel. Boah, was ist denn das für ein Riesenhaus? Ist das schon immer da gewesen? Ja, auf X, Alter. Ja, aber da rechts da hinten. Das kleine Haus auf den Stelzen. Seht ihr das? Ich habe eine Gucke. Eine Gucke, schau mal. Eine Gucke. Wollte ich mal sagen, ich habe eine Guckele gesehen. Bleibt einmal stehen, wo er immer ist. Ich bin eigentlich nicht mehr. Warte einmal, wo bist denn du? Ich bin jetzt auf der Strasse. Auf der Strasse? Ja, können wir mal da. Schau, da bin ich. Ist da einer beim Fels abbauen? Da, da. Nein. Hey, ist das dann da oben? Hä? Hände hoch. Reiste ist da oben. Der Holzfäller ist das. Ah, okay, du. Bist du das? Sicher? Ah. Ja. Also, hey, jetzt hör doch mal. Okay, hier ist. Ich hab nur geschaut, ob die waff' so weit gehen. Jump, jump, jump. Wow. Wow, one shot. Ich mein' das Haus da rechts da. Ja, das hab ich gesehen, ja. Wollen wir da gleich mal vorbeischauen? Ja, ich schau mal vorbeischauen. Ja, ich schau mal vorbeischauen. Immer anklopfen. Mal anklopfen. Los sagen. Servus. Wie sieht denn das komisch aus? Na. Das ist auch mal der Mr. Bamboo. Voll blöd aus. Ja, wohl so blöd ist gar nicht. Ja. Ja. Hat der bei Granaten mit? Nein, ich hab noch keine dabei. Scheiße. Schau mal. Wir brauchen nur Heuze und dann können wir da durch die Seite beim Fenster reinhupfen. Komm sie auf reinhupfen. Ah, scheiße. Das ist Motherfuck. Ich bin's hin! Ah! Du weiss nix. Und? Servus! Nein, du weiss nix. Oh, das ist voll geil Sniperplatz drumher. So. So, voll der Metzger da ist. So, zack. So, bäh, zack. Boom. Komm, gehen wir weiter. Was soll ich was? Du musst jetzt rundherum machen so Aussichtsplattformen. Ja. Ja, aber das kann ich nicht mehr machen. Was ist das so ein Ding? Äh. Ja, wenn ich jetzt runter springe, dann bin ich tot. Nein, das überlebt. Ah! Knopf. Ey, ich hab's gerade überlebt, lol. Ja, ich meine wie du. Ja, aber... Ah, sicher vielleicht, aber auch nicht so bloß. Ja, aber da machen wir einfach so einen Aussichtsrum, dass wir von oben da auf Westland runter schauen können. Wenn's aufs Haus noch drauf so hoch wie das da, oder? Ja, genau, ja. Ja, ja, ja. Oder was sagst du dazu, Colin? Einfach einen hohen Turm durchlaufen. Jetzt beim Holz abpacken. Das Problem ist, wir haben jetzt überall Dächer drin und Dächer können wir nicht hin machen. Ja, können wir machen. Äh, C4. Das siehst du nicht kaputt. Dächer sind unkaputt gebaut. Echt, oder? Scheiße. Also wie die Piller da. Da müssen wir einen separaten Turm bauen. So, anbauen noch mehr oder weniger könnten wir machen. Ja, wir können einen unteren separaten Turm. Aber wie viel Viecher sind denn da? Und ich hab keinen Bogen dabei, oder? Ja, Witzgerei. Ich will, wenn noch einer zeigen kommt. Null. Warte. Da läuft das falsche Set. Sag ihm das. Den ist sicher einer. Der Hund ist ja wohl besuft, oder? Das ist ein Arschloch. Da ist Hallupack. Das ist ein Arschloch. Das ist ein Arschloch. Jetzt bin ich ein Busch-Neger. Jetzt bin ich ganz ein versteckter Neger. Geht der auf mich oder auf dir? Nein, das ist jetzt die Frage! Ah, scheiße! Du bist ein Arschloch! Waaah, Wulf! Wulf auch noch! So mag ich das! Bogen aus! Das ist ein Arschloch! Das ist ein Arschloch! Genau, machen wir ihn auf Hockey, Toni! Woff! HAAH! 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 Schlöss einmal in das Gerät hinter mir ab! 2! AHH! Hey, das ist so awesome! HAHA! Hey, das sind ja wohl viele Arschloch. Du hast. Ah, du darfst da aber nicht so längs laufen lassen. so viele wir müssen jetzt links einfach mal weiter zu small town und noch stein und noch bär hier links kommen weiter hier links weiter links bei der straße am besten nur die steine mitnehmen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020